Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Leid, Manni! Ich schnapp nichts. Lauf richtig runter. So, was soll das denn sein? Ach ja, ich kann mich dran erinnern. Wieso? Papa hat mir das gekauft. Oh, da steht ja in Flammen. Nein, sie kam auf den Aufbruch. Ach so. Das ist ja ein cooles Tier, Schau. Stimmt, das hast du mir gekauft. Patsch! So, das ist meine Hand. Ich schien ein Karton raus. Wo können sie so runtergefallen? Mal schon. Ja. Jetzt ist sie weg. Jetzt fangen sie mal an. Hä? Also ich habe gesehen, dass man das machen kann. Aber ich mache nicht. Ähm... Götchen. Schön, dich zu sehen. Ich bin Lightning McQueen. Bist du bereit? Los geht's mit dem World Grand Prix. Wähle ein Spiel aus und drücke die Eingabetaste, um zu bestätigen. Hey, los! Aufwärmung und vermisst du irgendwas? Ja! Hilf Lightning, das Rennen zugewiesen, bevor die Zeit erfolgt. Und das hier kommt jetzt hinten dran dran. Ne, irgendwie muss das doch kommen. Man muss diesen Dings abmachen. Ne, jetzt zum Dranmachen. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Drauf Müllhaufen. Dann zu Anleitung. Bei uns scheint schon ein bisschen die Sonne. Bei euch scheint die Sonne. Ein bisschen. Wir werden jetzt sehen. Wenn es ganz heiß wird, bauen wir es auch. Und wenn es nicht heiß wird, machen wir andere Spiele. Wir haben ja genug. Hm. Geh? Auf jeden Fall kein Mensch ehrlich nicht. Nein, heute machen wir kein Mensch ehrlich. Aber er fällt echt die Geschenke. Ganz, ganz, so gut wir noch können verstecken. So gut wir noch können. Na gut. Dann werde ich mir noch mal Mühe geben. Jetzt gebe ich dir noch mal deinen Opa Floki. Hm. Ich bin natürlich auch gerade in der Verstand. Also bis heute Nachmittag. Tschüss. Hallo. Hallo, Firdo. Hallo, Opa. Ja, bitte gut. Dann begrüßt euch mein Kleiner. Alles Gute, ja? Ja. Ich freu mich schon in der Nachmittag mit dir. Hm. Auf jeden Fall. Ich sag's dir. Das hab ich schon Oma. Ich würde noch was sagen. Das hab ich schon Oma gesagt. Ihr soll euch die Geschenke verstrecken. Du willst die verhalten und wir haben's auch kein Ostern. Trotzdem. Auch wenn's kein Ostern ist. Das macht man aber doch endlich nur zu Ostern. Doch. Auch beim Geburtstag, wenn's gesagt wird. Hier steht noch ein Meer. Hier ist noch ein Meer. Wie geht's? Warte? Mache, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Warte! Mache, ich hab's gehört. Warte! Saat mich einfach mal. Ich hab's gehört. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Es ist einfach, sagt man, das ein Mädchener im Sturm landen. Achtung! 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 Bärmer... Achtung! Das kann man eigentlich länger machen. Nee, nee, die kannst du nicht länger machen. So, festhalten Sie. Moment, der Klatsch ist zu spät. Achtung! Was ist das? Und das drunter, was soll das auch ab? Das kannst du erst mal dran lassen, das ist im Geburtstag immer drangemacht. Kannst du erst mal sehen, wie du mit den Teils herangekommst. Das ist ein geiles Rostteil. Kann ich auch? Ja, das will ich mal. Wir wollten uns um ihn streiten. Nein, vielleicht nicht. Darf ich das letzte Mal so toll? Die hat das letzte Mal so mitleidig geguckt, wo ich so ein Sixpack stehen hatte. Geradeaus! 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 Rechts! Rechts! Links! Lebst! Nee, das war schon rechts richtig. Nimm es! Aaaaaaah! Das ist was anderes. Das kann man so sagen. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Ne, ich mach's, ich mach's! Warte mal. Was? Nein, ich mach's, ich mach's! Welche? Auf jeden Fall kein Mensch ärgere dich nicht. Nein, heute machen wir kein Mensch ertalken. Aber er zahlt echt die Geschenke ganz, ganz, so gut ihr noch könnt, verstecken. Halt!